hallo zu nuschtu lebt ab und war sander und wir fliegen zuerst über operation mustock und ich nehme jetzt mit obs auf weil ich bin die cam noch nicht installiert habe natürlich bin das neu aufsetzen musste also nicht aufsetzen so zurücksetzen musste ja mit unserer f3 f2 der amerikaner jedem ist natürlich mit dabei so 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 etwas weiter s j Das war ein bisschen weiter. So, das geht dann mal so dumm. Ja, hier musste ich auch was instellen, also Neueinständische Steuerung. So, auf die P-112 habe ich es nicht mehr abgesehen, aber die P-109 ist auch interessant. Jemand muss ihn angreifen. So, auf die P-109 ist es nicht mehr abgesehen. Und das geht auch abgesehen. 5azu beneficiarend gauge 5. Scha came 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist es ein Flugplatz zurück. Ich geh auch mal zurück Ob sie noch ein Versuch hießt Ich geh auch mal zurück 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 Hm Ich geh auch mal zurück Ich geh auch zurück Damit hab ich gar nicht gerechnet Dass ich überlebe Ich geh auch mal zurück 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 Ich bin zwar ein Sieg Aber Hat mir nicht geschafft Werte nur noch ein Kilometer und dann geht die runter. Wenn wir unser Glück immer haben, wie ich mein Glück haben kenne, ist das so. Ich habe das Gefühl, dass das so. Super! So. Naja, wenigstens Abschusshilfe noch gegeben. Ja. Oh. Jede Menge Punkte. So. Das ist fertig. Und das ist fertig. Dann ist die Maschine fertig. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo wieder. Zur nächsten Schlacht. Mit den Russen und über Provinz Henan. Mit unserer I-15 M22. I-15 M22. Die Japaner und Franzosen lebt man nicht bei. Ja. 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 Der Freifahrt ist in der Tiefe. Zumal eine Bombe eingesetzt wird. Geh zum Schussfunk zurück! Ah, Luz, Neck, Texas. Wollen wir mal ein bisschen mängsamer machen? Luz, 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 Luz. So, fünf Kilometer. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz und Luz. Und selber gestorben. Naja... Aber zwei Abschüsse und zwei Hilfe dauert es schon mehr als ordentlich. Zurück zum Manga. Da bin ich mit sehr, sehr zufrieden. Da sind gut Punkte. So, was haben wir geschafft? Zusammenarbeit. Unterstützungsfeuer. Ränge haben keine Bedeutung. Zum Manga. So. 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 So, aber die sind fertig, ne? So. Also dann bis gleich wieder. Jo, und zum Abschluss gibt es hier noch eine Panzerschlappe mit dem Bretten. Mit der Triage. Triage. Ja, weiter weiß ich jetzt grad nicht. Auf jeden Fall Map Aschefluss. Triage Mark 1. Rein mit mir in die Stadt. So. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. So. 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 Sie zerstört! Ja, da war klar. Na ja. Mal sehen, ob ich noch mal rein darf. Ja, ich darf meine A13 Max 2 auspacken. Warum bleibe ich bei jedem Band hängen? Ja. 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 Das war's dann mit dieser Schlacht. Na ja, zurück zum Hangar. Rächer und Panzerretter zum Hangar. Oh, da kann ich neue Teile forschen. Schön. So. Dann sag ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Wortshandel. Bis dann. Und schaut wieder rein. Als ich ausmachen wollte, kam diese Meldung. Nämlich unsere JAK 7B ist fertig. Die bestellen wir natürlich. Wir ersetzen... Ne. Ich bin jetzt im falschen Deck. Äh. Ja. Was forschen wir danach? So. So. Die Maschine forschen wir. So. Luftwaffen Deck. Rausschmaßen wir die... I-16. Also aus dem Deck. Forschung. Ja. Wo ist denn Monster JAK 7B? Auswählen. Und beim Da. Da können wir diese... Nein, äh. Die einsetzen. Und... Ach, die I-16 ist drin. Jut. Ach, da haben wir sie. So. Das war's, was ich euch noch zeigen wollte. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Verdammt? Bleibbar. Ciao.